Drei Monate ist es her, das heißt es wird Zeit für das nächste Top 10 Video. Dieses Mal aber ein kleines bisschen anders, wir teilen die Sache diesmal auf. Top 10 Shisha Tabak Sorten und Top 10 Shisha Tabak Sorten Dark Blend Edition. Heute fangen wir an mit Virginia Tabak, das heißt nicht so starker Tabak, der etwas angenehmer zu rauchen ist und halt dementsprechend auch deutlich weniger Bass verursacht. Meine persönliche Top 10 der letzten drei Monate. Auf Platz 10 haben wir den Rewoshi Debstrom. Für mich der beste Doppelapfel, den es auf dem deutschen Markt gibt. Einfach ein hervorragender Doppelapfel. Doppelapfel natürlich immer Apfel, also so eine süßliche Note, aber vor allem eher ein Lakritztabak. Ich persönlich mag es sehr gerne, manche Leute hassen es, ihr wisst bestimmt, was bei euch Sache ist. Der beste Doppelapfel in Deutschland für mich, der Rewoshi Debstrom. Manche Dosen habe ich gerade hier im Studio, wie zum Beispiel auch den Saure Würmer von By Candy. Der war schon häufiger in meiner Top 10, seit der Tabak rausgekommen ist, bei mir sehr, sehr gerne in vielen verschiedenen Mischungen. Passt zu fast allem? Also ich habe noch keine Mischung bei fruchtigen Sachen, bei fruchtig-frischen Sachen gefunden, wo der Saure Würmer nicht dazu passt und deswegen ein stetiger Begleiter in meiner Mixology und Platz 9 für den Saure Würmer. Ein Tabak, der nicht so lange auf dem deutschen Markt ist bis jetzt, ist der Shisha-Kartell Sexy Shiba. Mango-Passionsfrucht für mich als Liebhaber der exotischen Früchte. Definitiv ein sehr, sehr geiles Ding, deswegen auch bei mir in der Liste mit drin. Sehr geiles Ding, schmeckt lecker, kommt in so einem Sip-Beutel, ist leider auch schon von der erhöhten Tabaksteuer betroffen. Aber auf jeden Fall Mango-Passionsfrucht in einem sehr, sehr nice Mix. Ich habe die Sorten ja schon in Dubai getestet, das war damals schon mein Liebling und deswegen konnte er sich bei mir auch sehr gut und sehr schnell etablieren. Eine Marke, von der wir noch ein paar Sorten auf der Liste haben, ist Fog Your Life. Eine Zwei-Komponenten-Lösung zum selber zusammenmischen, 130 Gramm Molasse, 70 Gramm Hukain-Base und schon hat man 200 Gramm fertigen Tabak. Das heißt auf der einen Seite, es ist etwas günstiger, auf der anderen Seite heißt das aber auch, dass wir TPD-unkonforme Aromen hier benutzen dürfen. Ich habe keinen anderen Cola gefunden, der mir besser schmeckt als der Fog Your Life Cola, deswegen definitiv mit auf meiner Liste. Der war auch schon das letzte Mal mit drauf und der bleibt auch definitiv noch eine ganze Weile mit drauf. Zwischendrin sei kurz gesagt, wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo oder einen Daumen nach oben freuen. Kuss für den Support. Dicht dem Cola auf den Fersen ist der Traubeminze von Fog Your Life. Eine weiße Traube, die sehr säuerliche Noten hat, mich so ein bisschen an den alten SOMO Grape Mint erinnert. TPD-unkonform natürlich durch zwei Komponenten-Systemen, heißt wir haben da eine richtige Minze am Start. Deswegen bin ich da großer Fan von hervorragender Traube. Wenn ihr auf eine säuerliche, eher Richtung Oldschool-Traubeminze steht, könnte der Fog Your Life was für euch sein. Mit der Natural Base von Hukain für mich perfekt. Auf Platz Nummer 4 haben wir den ersten Holster auf meiner Liste, aber nicht den letzten. Aber den vierten Platz macht der Bloody Punch. Grapefruit und Blutorange für mich ein herausragender Tabak, den ich seitdem er raus ist, unglaublich gerne rauche, immer wieder gerne in Mixes mit drinne. Deswegen definitiv auch in meiner Top 10 drinne und ein verdienter Platz 4. Auf Platz Nummer 3 haben wir direkt wieder einen Fog Your Life und zwar den marokkanischen Minze. Ihr merkt schon, Fog Your Life ist am häufigsten vertreten in meiner Top 10. Durch das Zwei-Komponenten-System aber halt auch einfach genial. Wir haben wieder Aromen, die wir normal gar nicht mehr in Deutschland haben dürften, hier in dem Tabak drinne. Und da schmeckt man so eben auch, wenn es um einen Minze-Tabak geht, weil Minze ja normal komplett verboten wäre. Einfach nur ein leckerer marokkanischer Minztee mit einer leichten Kühlenote. Also wenn ihr Minztee feiert und wirklich einen authentischen Minze-Geschmack haben wollt, dann ist das was sehr, sehr nice ist. Da kommt aber auch demnächst noch was Neues, da kommt noch Pfefferminze. Das geht aber mehr so in Richtung Kaugummi, aber kommen wir in Zukunft zu. Platz Nummer 3, marokkanische Minze, Fog Your Life. Platz Nummer 2 wird einige überraschen. Und zwar ist das der Holster Grape 2 mit einem kompletten Minz-Shot. Seit Anbeginn der Zeitrechnung war bei mir der meistgerauchte Flavor Traubeminze. Und ich rauche immer noch gerne Traubeminze, aber nicht mehr ganz so gerne wie früher oder vor kurzer Zeit noch. Trotzdem Grape 2.0 mit einem Minz-Shot, legendärer Tabak. Ich habe etliche Kilos von dem Zeug weggeraucht. Ein absolut gerechtfertigter Platz 2, aber es reicht nicht mehr ganz für Platz 1. Nicht, weil der Tabak schlechter geworden ist, sondern eher, weil sich meine Rauchgewohnheiten ein bisschen geändert haben. Dann fragt man sich vermutlich, wenn jetzt der Holster auf Platz 2 gerutscht ist, was ist auf Platz 1 gekommen? Ein Tabak, den ich selten pur rauche tatsächlich, aber in fast jede fruchtig-frische Mischung mit reinballern kann und mit so vielen Tabaksorten so genial ist. Mit Blurry, mit Kiwi-Smoothie, mit einem Traube-Flavor, mit Bloody Punch. Es gibt so viele Sorten, wo ich den Fog Your Life Zitrone-Minze mit dazu mische, dass das definitiv aktuell mein Lieblings-Virginia-Tabak ist. Ich muss noch kurz dazu sagen, ich rauche Virginia fast nie pur, weil mir das persönlich mittlerweile ein bisschen zu lasch ist. Das heißt, Virginia ist bei mir mehr die Zugabe zu meinem Darkblend-Mix, um das Ganze noch ein bisschen abzurunden. Aber da ich den Zitrone-Minze zu fast allem dazuschmeißen kann, Platz 1, Zitrone-Minze, Fog Your Life. Ja, und das war auch schon wieder meine Top 10 Lieblings-Tabaksortenliste. Dies war Virginia, als nächstes Video kommt noch meine Top 10 Darkblend. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.